Hallo und Herzlich Willkommen bei Andreas Triembacher, Pörsenrenner aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Ich sehe gerade, das Bild ist nicht so schön. Der Tisch sieht gut. So, jetzt sieht es doch schon viel besser aus. Ja, was will er schon wieder Mr. T? Mr. T will euch wieder ein bisschen ins Gewissen reden. Warum? Wenn ihr mal genau euch umschaut in den ganzen Internetplattformen, in den Printmedien, im TV, steht jetzt eines fest, dass in den letzten 2, 3, 4, 5 Tagen und jetzt auch in den nächsten Tagen im Januar, Anfang Januar, gibt es viele Angebote zum Thema Gewichtsreduktion. Yes! Zum Thema Gewichtsreduktion. Sie möchten, Sie können, wir bieten Ihnen an. Sie können bei uns locker, lässig mal die nächsten 4, 5, 6, 7, 10 Kilo das Wohlfühlgewicht erreichen. Ganz easy. Ohne Anstrengung. Mit einem tollen Pülferchen. Mit einem tollen neuen Gerät. Da wird fast als Gewichtsreduktion verkauft. Da gibt es so viele Angebote momentan. Also von Pillchen über Maschinchen. Da ist alles am Start. Ja, und warum ist das am Start? Genau, weil der User das so möchte. Also es gibt kein Angebot, ohne dass eine Nachfrage dafür da wäre. Somit wird jetzt nur zielgerecht das angeboten, was der User verlangt. Was der User, genau du zum Beispiel, der gerade zuguckt, was du verlangst. Die wissen natürlich ganz genau. Die meisten Menschen nehmen sich für das neue Jahr ganz viel vor. Neuer Fitness Lifestyle, neuer Lifestyle, neuer gesunder Lifestyle. Alles wird sich ändern. Das komplette alte Leben in den Haufen geworfen. Wir wollen jetzt sofort starten und ganz viel ganz schnell erreichen. So, wo ist der Haken? Ist der gleiche Haken, wie es jedes Jahr ist. Ich bin jetzt schon 30 Jahre in der Fitnessbranche. In der Gewichtsreduktionsbranche. In der Branche der alten Menschen. Und es ist immer das gleiche. Es wird sich nicht ändern. Es werden wahnsinnige Umsätze gemacht. Und zwar Umsätze mit Wünschen. Mit unrealistischen Wünschen. Mit Träumen. Und der gute Werbefachmann, der weiß natürlich ganz genau, wie er das einpacken muss. Wie er das verpacken muss. Und zwar indem er natürlich nicht die Wahrheit erzählt. Indem er natürlich genau das erzählt, was der Kunde hören möchte logischerweise. Ansonsten kauft er es ja nicht. So und der Kunde hat eine Vorstellung, dass er Dinge erreicht innerhalb von 5% Zeit. Was sich vorher in 95 bis 100% der Zeit angeeignet hat. Das heißt, wenn wir jetzt mal von der Gewichtsreduktion ausgehen. Stellen wir fest, diese 10, 15 bis 20 Kilo. Die sind ja nicht innerhalb von 2, 3, 4 Wochen entstanden. Sondern zum Teil über Jahre hinweg. So und jetzt können wir als intelligenter Menschen sagen. Ja, Moment mal. Ja, das muss doch in 4, 5 Wochen machbar sein. Dass ich alles, was ich zu viel gegessen habe. Zu schlecht gegessen habe. Und mich zu wenig bewegt habe. Dass ich das innerhalb von minimalischer, minimaler Zeit wieder reduzieren kann. Ja, warum? Das muss doch möglich sein. Ja, da steht es doch. Da steht es doch. Ja klar, ich muss nur noch Punkte zählen. Und dann haben wir das Gewicht verloren. Ach so, ich muss nur ein Pilfchen schlucken. Ah, dann noch ein paar Pilchen anziehen. Oh, vielleicht noch ein Bauchwettgürtel anziehen. Oh, da ist noch ein Gerät mit Stromschlägen. Ah, ich muss mich nur auf eine Rüttelplatte draufstellen. Alles schon passiert. Mit 3x20 Minuten in der Woche erreiche ich alles. Huhuhuhu. Also ihr hört selber, da ist noch ein bisschen Sarkasmus mit dabei. Da gehört aber auch dazu. Warum? Weil es echt unglaublich ist, dass dieses Prinzip, diese Art von Werbung seit 30 Jahren funktioniert. Und jedes Jahr, zu gewissen Zeiten, wie jetzt zum Beispiel im Jahreswechsel, fallen zig Millionen Menschen darauf rein. Zig Millionen Menschen. Männlich wie weiblich. Tut mir leid, aber es sind natürlich mehr Frauen, die darauf reinfallen. Die Hintergründe dafür lassen wir jetzt mal stehen. So stehen. Die hinterleuchten wir nicht. Und da ist für mich die Frage, warum passiert das jedes Jahr? Warum ist immer das gleiche Spiel? Warum sind Menschen so unvernünftig? Warum denken Menschen unrealistisch? Ist eigentlich ganz einfach, weil wir keinen Bock haben, was zu investieren. Wir wollen alles sofort haben. Wir leben in einem Zeitalter, wo alles sofort möglich sein muss. So ihr Lieben. Und jetzt kommt Mr. T aus Karlsruhe. Und der erzählt euch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist immer nur so lange schön, bis man sie hört. Also, wir müssen nichts anderes machen, wie einmal in uns gehen und überlegen, okay, wie lange habe ich gebraucht, bis ich das Gewicht angehäuft habe. Also bleiben wir mal realistisch auf dem Boden und rechnen mal so mit 300 bis 500 Gramm im Durchschnitt pro Woche Gewichtsreduktion. Okay, dann wissen wir, okay, dieses Angebot mit 2, 3 Wochen in 4 Wochen 10 Kilo zu reduzieren, das ist Bullshit. Das ist einfach nichts anderes, wie schnell Geld verdienen. Lassen wir das besser sein. So, jetzt gebe ich euch einen weiteren Tipp. Wenn ihr euch dafür interessiert, euch tatsächlich einen neuen Lifestyle anzulegen, anzueignen, dann müsst ihr das natürlich strukturiert angehen. Das heißt, ganz einfach mal überlegen, wie viel Zeit habt ihr pro Woche? Was könnt ihr an Zeit investieren in Form von Sport? Aha, 3 Mal die Woche im Durchschnitt 70-75 Minuten, okay. Er schaut in den Terminkalender rein, okay, ich habe Samstag-Sonntagszeit, weil in der Woche ist es schwieriger als Samstag-Sonntags, nehme ich mir auf jeden Fall mal 75 Minuten Zeit für mich, Investition in meine Gesundheit, in meine gesunde Psyche, weil ich mich mag, weil ich mich gerne im Spiegel sehe und einmal in der Woche noch mal 75 Minuten. Das ist machbar. Also das ist nachgewiesen, dass das machbar ist. So, dann stelle ich fest, okay, mit 3 Mal 75 Minuten, naja, das sind pro Trainingseinheit, als Anfänger, Durchschnittsmuskelmaße, 600 bis 700 Kalorien Maximum, was ich verarbeite, rechne ich hoch, 3 Mal 700 sind 2.100 Kalorien pro Woche. Okay, also mit dem Sport alleine wird es wohl nichts werden. Was mache ich noch? Genau, ich überlege mir, wie kann ich denn mein Essverhalten verändern? Was kann ich an meinem Essverhalten ändern? Dann stelle ich fest, okay, die Woche hat 7 Tage, ich esse in der Regel, sollte in der Regel 3 Mal am Tag essen, was ich nicht immer mache. Dann habe ich also 21 Mal die Möglichkeit, was gut oder was schlecht zu machen. Aha, die Küche. Ich nehme mir die Küche mit ans Bord. Genau, und dann stelle ich erstmal fest und überlege, okay, ich esse oftmals Süßigkeiten. Ich lasse Mahlzeiten ausfallen, kompensiere aber die Mahlzeiten mit Zwischenmahlzeiten, die süß sind. Ich gehe oft zum Bäcker und hole mir irgendwelche Brötchen oder auch süße Stückchen. Oh, da fällt mir noch ein. Ich sitze immer abends vor dem Fernseher, esse Chips, esse Schokolade. Oh, da fällt mir ein. Hm, ich esse wenig Gemüse. Hm, da fällt mir ein. Oh, ich esse relativ wenig Obst. Okay, ich habe also wirklich schon mal ein paar Baustellen gefunden, das zu ändern. So, und dann gehe ich Step by Step vor. Alte Angewohnheiten ablegen, soweit wie es möglich ist. Die neuen Angewohnheiten aneignen. Nicht hoffen, dass sie innerhalb von einer Woche schon angeeignet sind, sondern sukzessive daran arbeiten. immer wieder konsequent alles umzusetzen. Regelmäßig zu frühstücken, regelmäßig zu Mittagessen, regelmäßig Abendessen zu ähnlichen Zeiten. Wenn ich aus dem Haus gehe, was mitnehmen? Flasche Wasser mitnehmen, Obst mitnehmen, zum Beispiel meine Gerichte vorrichten für Mittagessen. Ein schönes, gutes Frühstück morgens, gesunde Ernährung drauf achten. Einfach mal sukzessive raus aus dem alten Verhaltensmuster, ein neues Verhaltensmuster rein. Und das mache ich Step by Step und setze mir nicht zu hohe Ziele, sondern setze mir kleine Ziele und sage, okay, im Januar möchte ich 2 Kilo verlieren. Ein langfristiges Ziel ist, ich möchte im Juni 2017, dann wenn ich in Urlaub gehe, möchte ich 8 Kilo weniger haben. Das ist ein realistisches Ziel, je nachdem wo man herkommt. Wenn man eigentlich nur als Frau 52 Kilo hat, wäre 8 Kilo eigentlich ein bisschen übertrieben. Aber wenn es realistisch ist, dann ist das ein gutes Ziel und sage, okay, dann habe ich ein kleines Ziel, ein erstes Ziel, ein zweites Ziel, vielleicht ein drittes Ziel. Und dann stelle ich fest, nach ein paar Wochen, oh, das ist alles gar nicht so einfach. Und wo ist das Problem? Dann entspanne ich mir mal wieder eine Woche, sage, okay, jetzt nehme ich mal eine Woche Gas raus, mache ein bisschen entspannter, mache ein bisschen lockerer und nehme wieder Anlauf und mache den nächsten Step. Also, so schwer ist es wirklich nicht, ihr Lieben, so schwer ist es wirklich nicht. Einfach nur realistisch bleiben und saubere Zeitstruktur aufbauen, Zeitmanagement betreiben und dann läuft es. Also, ich bitte Euch darum, verlasst Euch nicht auf Euer Neujahrsvorhaben, weil es ist tatsächlich, auch hier gibt es eine wissenschaftliche Studie darüber, ca. 98-99% die sich am ersten etwas vornehmen, die werden es auf Dauer nicht durchhalten. So, also, ihr Lieben, das war's, Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe mit mir mit dem Thema Deine Fitness, Deine realistischen Ziele, meine Aufgabe. Guten Rutsch!